So, da la. Herzlich Willkommen zu einer neuen, äh, jetzt wollte ich schon War Thunder sagen, Hand-Showdown-Folge. Was wolltest du sagen? War Thunder. Achso. Ach, achso. Gut, links Hund, rechts Thunder. Ah, nee, jetzt nicht mehr. Der Hund kommt. Nee, ist auch nicht. Hast du die Gegend? Oh, doch. Gifte Spritze, Sau. Uhhh. Achso, der stückte sogar mit einem Messerstich. Ja, ja. Hast du Gegend-Gifte Spritze, weil die Tante kommt auf uns zu. Ja, Gott. Ähm, ja, wir haben uns vorgenommen, in dieser Runde versuchen wir beide Beuten zu holen. Egal was passiert, egal ob wir kämpfen müssen, egal ob nicht. Natürlich, wenn die jetzt die Beute haben, wir kämpfen derweil bei der anderen Beute oder sonst irgendwas und die extra, äh, so gehen raus, dann haben wir natürlich vielleicht. Also wenn andere Leute die Beute haben und rausgehen, dann dürfen wir nicht rechts gehen. Dann würden wir ins andere Gebiet, glaube ich, gehen, oder? Dann gehen wir wieder zu. Oder obwohl das könnte noch wenigstens Rainer C-Gemüter sein. Nee, können doch. Wunder, Alter. Das geht hier gerade ab in der Runde. Ja, gehen wir einfach jetzt rechts, wurscht. Ich glaube, da kämpft schon wer, oder? Ja. Loll, die sind schon bei der Serien. Gut, dann wird unser Ziel gleich mal auf die Probe gestellt. Ja. Okay, jetzt geht's natürlich richtig rund, ne? Mach du mal vor. Ja. Ich bin ein bisschen hinter dir. Oben sind zwei so... Da müssen wir fast schießen, irgendwie. Wo? Hier oben rechts, da. Oh, rechts. Ja. Warte, da ist ne Leiter, warte. Da kommst du da hoch. Ja, ich versuch... Wenn die mich jetzt nicht sehen... ...beschützt mich, ne? Weil, Leute, das ist ziemlich offen. Ich schau ein bisschen nach hinten. Und in den Wald rein. Das machst du gut. Ich bin stolz auf dich. Ich glaube, hier oben ist doch auch da hin... Ne, da ist unten. Da ist genau... Da hinten ist noch so ne Tante. Moment, wie kommt man da hin? Wie kommst du da... Wo ist denn der? Ach, da... Ne, da musst du oben lang. Da musst du rein und von... Ja. Binnen. Oh, Alter. Ich bin voll nervös, weil die Schüsse so laut waren. Die Dinger gehen auf dich, oder? Na ja, es war uns halt. Ja. Ja, das ist schade. Hey, das macht nicht schaden. Ich dachte, du hast Gegengift. Ja, ja, aber ich habe... Schaden bekomme ich trotzdem, aber keinen Giftschaden. Ach so, okay. Jetzt verstehe ich. Gut, dann Map. Oh, oh, das ist schon mal hell. Geil. Das ist schon mal gut. Boah, lol. Erschrocken. Ja, dann gehen wir direkt da hin, oder? Ja, aber ich dachte, du bist hinter der Wand irgendwie, weil es ja so gut angezeigt worden ist. Wo steht da jemand vor mir? Also irgendwie, ich glaube, das Fächer mit dem Revolver geht nicht. Das ist so laut. Entweder kämpfen wir schon gegen den Boss, oder gegen andere Spieler, ich weiß es nicht. Also, das siehst du eigentlich, wenn du... Vorsicht, da ist ein Flammtypel. Also, wenn du eine Revolver in der Hand hast, dann rechts zielst, dann siehst du ja, wie er seine Hand hinhält. Leider sind zwei Feuertypies. Aber ich glaube, das wissen nicht viele, oder, dass man ein Ding mögt? Nee, ich glaube nicht, nee. So ein Insider wissen. Das wäre ein Leben geil irgendwo. Hast du ein komplettes Ding verloren? Ja, so ein kleines. Achso, was ich nicht mehr selbst halte, ja, dann halte ich mich schnell. Ja, sicher, sicher nicht, dass... Ja, aber weil das könnte... Das ist dein Leben, weißt du. Oh, vielleicht links eins. Ach so. Da irgendwie durch, ja, da... Ja, direkt vor uns. Aber denk dran, von da kamen auch irgendwie ein bisschen die Schüsse. Deswegen dort schon mal ein bisschen... Oh, wir sind sehr offen. Ja, nicht so hintereinander gehen, dass wir beide gleichzeitig... Boah, Alter, die Tante hat mich jetzt erschrocken. Und Max über die Brücke gehen oder durchs Wasser? Ja, durchs Wasser eher, weil Brücke die so... Da, da ist... Die Tante, ja. Die Tante, ja, da, wo die Tante steht. Ist hier ein Wasserviech? Nee, ne? Oh, das gefällt mir hier ja gar nicht. Nee, da musst du erst mal wieder irgendwie rüberkommen, ne? Ich lauf rüber. Ja. Bist du drüben? Bin jetzt drüben. Ist das Tor offen? Ich bin, ja, ja, das so. Okay, weil die Tores sind doch normalerweise immer zu, oder? Da liegt aber noch ein Viech. Achte auf der Klee. Oh, fucking heaven. Ja, hier lebt aber viel zu viel. Hier waren die nicht, ganz ehrlich. Können wir nicht vorstellen. Dafür lebt hier viel zu viel. Die Leute ja nicht sehen, weil sie direkt... Ich komme hier rein. Äh, falsch. Ja, ich wollte mich nur kurz in Sicherheit bringen, weil ich gerade viele Leute gekillt habe und keine Ausdau haben. wenn da jetzt wer gekommen wäre. Ach so, ja. Oh, das ist ja bei uns. Ach so, lol. Gar nicht gecheckt. Ah, okay. Da kommen wir aber schon gar nicht so. Ja, aber ich glaube, die werden hierher kommen. Die Frage ist jetzt, warten wir jetzt, bis die kommen und killen die? Oder... Wir gehen da selber rein, aber die Schüsse waren nah, also... Ja, aber das könnte auch sein... Boah, ich hätte jetzt beinahe auf dich geschossen, ne? Ich schaue das erstmal... Oh, die Schüsse sind nah. Die kämpfen doch gegen das Ding, oder? Die sind doch drin. Da, 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 lauf. Lauf. Wo, 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 wo? Ne, sorry, das ist ein Monster. Aber die kämpfen da drin. Doch. Also sollen wir auch anfangen, gegen ihn zu kämpfen? Ja, doch, das müsste gleich der Gegenüber sein. Ja, wir müssen uns entscheiden, also am besten... Ja, ist das, ist das Gebäude hier, oder? Ja, wenn du da jetzt reingehst, genau. Ach, das ist die Spinne. Ne, ne, ne. Aber die hat kein Leben verloren. Ne, die anderen kämpfen ja woanders. Die sind ja da. So, ja, dann müssen wir kämpfen. Geht los. Oh Gott. Aber ich bin noch nicht'n Scheiße gegen den. Achtung, Feuer. Ich schmeiß Feuer rein. Komm her. Komm her, du Schuhe. Warte an Schock. Mach hier mal kurz zu. Der kümmt nicht. Jetzt. Nee. Sehr gut. Also ich schau'n bisschen hin, dann, ne. Ja, grad kann ich je nix machen, weil ich selber nicht reingehen kann, weil ich mir damit das Weg versperrt hab. Das ist ne Falle. Also vor diesem Tor ist ne Falle, ne. Die anderen schießen ist nicht mehr, das hört sich nicht leicht. Ja, mich ja. Das blöde ist, gegen den dauert der Kampf relativ lang. Ja. Das stimmt gar nicht. Siehst du diese Türe hier? Ja. Diese große hier? Da ist ne Falle davor. Okay, okay. Wo ich stehe. Ja. Und dann gehe ich mal rein. Das ist ne? Ja, da ist es nicht so. Ja, tuh, nicht so. Okay, doch jetzt kämpfen die anderen wieder. Denk an Feuer, Feuer ist ganz gut gegen den. Ja, ich trau mich grad nicht meine Feuerbunde zu verwenden gegen den. Wow, fucking hell. Wow. Wow. Okay. Nein. Oh, nein. Oh, lol. Lol, what the fuck. Ich hab's grad... Meine Güte, ich weiß grad... Wolle Lichtblutung stoppen und dann... Nee, also die beste Taktik ist echt am Tor warten bis er kommt. Ja. Und dann erst anfangen zu schießen. Weil sonst, wenn du da... Weil dann hast echt Probleme. Du hast echt Probleme wenn du da hinter der Herr ist. Weil das so schnell ist. Ich krieg immer mehr Panik, weil das so lange dauert er ja. Das ist so schlecht. Du kannst doch hier so schlecht verteidigen. So, das war das erste Mal klug. Damageiert. Alter Digga. Das macht der richtig Damage-Holy-Shit. Ja, das Fächern, das ist richtig geil. Vor allem wenn man halt 14 Schuss hat. LoL. Hm. Ist der grad... Nee. Ich hätte schon gedacht der ist irgendwie ins Feuer oder so ran. So, wenn er jetzt noch einmal kommt, dann ist er völlig. Jetzt! Jawoll! Mal schnell rein da. Ja, Moment. Ich mach zu, weil es rucklert mal ein bisschen bei mir hier. So. Ach, hier kann man von unten rein. Boah, ist das assi. Ja, hier ist auch unten. Ach, das war dort, wo wir vorhin gekämpft haben. Bei der letzten Runde. Das ist genau hier. Ach, wo verstecke ich mich jetzt? Erstmal Muni aufnehmen. Ich muss Muni... Ja, stimmt. Da haben wir echt vorhin... Ach, das ist wirklich... Und genau da, wo der vorhin verreckt ist, genau da ist es bei uns auch, ne? Mhm. Scheiße. Okay. Oh, ne da ist... Schüsse. Die, äh, hinten Höllenhunde. Ich seh Höllenhunde. Wenn die los... Oh, okay. Jetzt ist ja so anders da, wo sie kriechen. Ich bin grad echt dumm zum Verteidigen. Oh. Ich glaub wir müssen kämpfen. Safe müssen wir kämpfen, Alter. Ja, so nah wie das ist. Ja, ja. Huh. Ich beobachte ein bisschen die Hunde, was die so machen. Naja. Weil die Hunde sind ja relativ anfällig. Aber da die doch relativ oft schießen, hab ich das Gefühl, als hätte ich schlecht da eigentlich. Oder gegen andere Spieler. Aber denkt dann eben, genau. Es gibt auch noch andere Spieler, also... Ja, die dürfen sich grad abknallen. Haha. Weniger Arbeit für uns. Wenn sie reinkommen, dann bitte rechts, wo wir reingekommen sind, weil da kann ich ja richtig schön abknallen hier. Mit 14 Schuss müsste das ganz gut funktionieren. Aber wo ist er denn natürlich? Dann, dann haben sie natürlich... Außer er sieht mich nicht gleich. Verstehst du ja nicht. Das ist normalerweise müssten vier Treffer reichen. Zack, 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 zack. Warte, ich mach mal gucken. Warte, ich mach mal gucken. Wenn er die normal in der Hand hält, ohne irgendwas. Ja, aber hat er da deine Hand schon so unten, oder was? Ja genau, da hat er die Hand hinten beim Hahn drauf. Ja, bei mir nicht. Ja gut, dann habe ich vielleicht einen falschen Revolver. Ja, ja doch, das geht eigentlich mit allen. Ja gut, ich habe ja den wie einen Schlagkring vielleicht deswegen irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Ach so, das könnte eventuell sein. Ja, da würde ich aber vielleicht sogar den Revolver ändern, irgendwie. Ja, gut. Also, bei der letzte Runde hat mir der Schlagkring gut geholfen. Ja klar, aber normalerweise, wenn du Fächer benutzen möchtest... Ja, das ist klar. Ja, das war halt nur der Anfangsrevolver, der da drin war und ich wollte gerade keinen neuen reinhauen. Ne, ich musste einen neuen Revolver reinhauen, weil der eine Typ mir den ja weggenommen hat. Ja. Ich glaube, okay. Ah, okay. Wenn wir schnell sind, könnten wir uns die, die Belohnung holen und dann einfach rüber rennen. Mhm. Oh, rüber rennen, ey. Schau doch mal kurz. Oh, alter, okay, das schaffen wir nicht. Lull. Wir können versuchen runter zu rennen. Ja, probieren. Abfangen. Alter, die Schüsse, die waren doch so nah, das kannst du nicht sagen. Das war nicht die schlechte Schüsse, oder? Nee, das kann ich nicht. Vielleicht haben wir Spieler gegeneinander gekämpft. Das heißt, wir können müssen andere Spieler jetzt erwarten. Hast du schon mal geguckt, ob du irgendwas siehst? Ja, ich habe nichts gesehen. Okay. Aber man sollte regelmäßig fliechen. Ähm, in die Richtung. Du benutzt es immer zuerst und dann, wenn du leer bist, sagst es immer. Ja. Gut, ich habe nichts gesehen jetzt noch. Uah, alter. Wenn der ist ja jetzt. Okay, wir resten. Ich muss mal kurz ausdauer. Oh, Hunde. Oh, okay, die müssen wir auch knallen, das sind zu viele. Wuppsack. Oh, da ist noch einer. Also... In diese Richtung. Ich bin mal gespannt, ob sie uns entgegen laufen, oder? Das wird spannend. Ob sie denken, oh nein, scheiße. Ja, genau, die greifen an, dann müssen das gute. Und das Digi-Pranik kriegen, so scheiße, sie kommen. Oftmals ist es vielleicht wirklich so, äh, ähm, dass wenn die denken, scheiße, die greifen an, dass die wahrscheinlich denken, oh, gute Spieler, wir müssen weg. Könnte eventuell... Boah, müssen wir da echt drüber jetzt? Müssen wir. Oder... Wir haben ja die Sicht, du kannst ja mal gucken. Ja, ich könnte mal wieder gucken. Wir sehen. Oha, was... Ich... Ich muss mal kurz meine Ausdauer regenerieren. Oh, Schüsse. Aha. Die kämpfen uns also beim Schlechter. Entweder das, oder... Ja. Du lebst doch noch, oder? Du Sack. Nein, doch nicht. Im Sumpf, der Tempel. Oh, dass wir da jetzt... ...durch diesen Sumpf da durch müssen. Das ist richtig ekelhaft. Bullshit. Ich schau nochmal kurz. Aber ich glaube, dass die es jetzt nicht aufnehmen... ...dass die das jetzt nicht aufnehmen, heißt auch, dass die gerade irgendwie gegen andere Spieler kämpfen noch, oder? Ja. Ja. Ah, gar nicht mitbekommen, dass ich durch ist. Da wenn ich diese Runde überlebt, dann tue ich um... ...muss ich um diese... ...wiese... ...Windhundfähigkeit reinhauen. Weil die Ausdauer geht schon... ...schnell flöten bei mir. Oh, was ist mit ihm? Ah, okay. Ja. Schießen noch. Aber nur eine hat es genommen bisher. Jetzt hat es sich der zweite genommen. Okay. Schau mal. Du kannst doch mal... Oh Gott. Du siehst noch nichts? Nee, ich noch nicht. Wie viele Einheiten hast du noch? Vier. Oh Gott. Das wird jetzt richtig spannend. Von wir kommen hier so offen. Und die wissen von wo wir kommen. Okay. Aber die kämpfen noch gegen andere wahrscheinlich. Ja, ja, weil... ...so wie die rumballern. Aber wir sind hier so offen. Wir haben keine Deckung. Das gefällt mir grad... Das gefällt mir grad gar nicht. Da ist ein Feuer, Fuzzi. Was machen die eigentlich? Laufen die uns entgegen, oder? Bin ich jetzt blöd? Nee... Ich weiß nicht. Könnt... Schaut so aus, was... Die laufen ja entgegen, ja. Alter. Das ist nicht dein Ernst. Okay. Oh, 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 oh. Was? Oh, oh, oh. Ach so. Oh, 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 oh. Natürlich haben die den Vorteil, dass sie jetzt mehr sehen. Aber wenn die uns entgegen laufen, könnten wir hier eigentlich relativ chillen. Und warten. Oder... Oh, hier ist es echt. Ja, hier ist gefährlicher. Da vorne ist ein Wagen. Da könnten wir uns noch heilen und sowas, ne? Also man darf vielleicht beim Wagen irgendwie kämpfen. Wo ist der Wagen? Ich seh den nicht. Siehst du... Siehst du auf der Minimap? Oh, das ist ein Feuertyp. Wo? Ach so, da. Da. Sollen wir den töten, bevor der uns angreift? Nee, sonst ist auch kein Leben mehr, oder? Ach so. Siehst du mal was? Oh, warte. Warte noch nicht, warte noch nicht. Wir sehen die ja jetzt auf der Minimap. Ja. Oh. Okay. Okay, krass. Aber vielleicht sollten wir doch... Oh, okay. Beides sind tot. Dann schon den Feuertyp. Oh Gott. Der hat mich gut erwischt. Schauen wir mal kurz. Ich muss mich wieder heilen, schnell. Oder war hier nicht irgendwo ein Wagen? Das wäre mega. Ja. Da... Müssten wir aber da hier drüber. Aber ich glaube... Ja, aber ich glaube, die laufen weg. Wo ist der fucking Wagen, ey? Ach so, da muss ich da rüber. Ach nee, das ist ein Boot. Oh nee, da kann man sich nicht gut verstecken. Ohohoho. Nee, aber wenigstens kann ich mich da schnell heilen. Kann ich hier schon vielleicht München aufnehmen? Ja, da müssen wir aber vielleicht zu den Häusern oder so. Das wäre schon mal... Ja. Ja. Die teilen sich auf? Was? Das wäre unsere Chance, wenn wir wenigstens einen erwischen würden vielleicht. Ich muss mich kurz... Oh nee. Oder die wollen uns übernehmen. Ja, die wollen vielleicht auch aus. Einkesseln. Aber je, wir könnten uns gut verteidigen eigentlich relativ, oder? Der eine ist relativ nah schon. Ja. Siehst du was? Ich sehe ihn. Ich sehe schon ein bisschen orange, ja. Dann schaue ich auch mal. Ja. Ich sehe aber jetzt nur noch... Ich habe nur noch zwei. Ja, ist okay. Wohl der eine... Was machen die? Geht der eine runter, oder was? Ich sehe den nicht mehr. Ich glaube... Hey, was machen die? Die gehen doch runter. Die laufen beide weg, ja. Die laufen beide weg, ja. Andere Richtung, die Räumstung. Das haben sie doch Geschiss bekommen, hm? Aber jetzt nicht von lauter hin und hinterher rennen, nicht dass wir in der Falle laufen. Naja. Also eine Ladung haben wir noch. Also... Ah, der ist ja echt gerade vor... Ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so glücklich, dass wir darüber gehen, weil jetzt sind wir auf der anderen Flussseite. Ah ja, das wäre... Ah ja. Das habe ich nicht gecheckt. Ich sehe es aber nicht. Ach, hier kann man nochmal rüber gehen. Hoffentlich kein Flussviech. Also die rennen... Wenn die jetzt wirklich entkommen, dann sind das wahrscheinlich die letzten zwei Überlebenden, ne? Ja, ja. Hat sich so viel rumgeballert. Dass man eventuell auch ein bisschen farmen könnte da, wenn die... Farmen. Ich muss immer wieder Map gucken, nicht dass die da... Die sind hinter der Range. Aber vielleicht... Die müssen 20 Sekunden, wenn wir den beiden Headshot reindrücken weiter. Das wäre so fett. Ja, aber wenn die halt sich verstecken... Ja, wenn sie sich verstecken... Also dadurch nichts riskieren, weil... Das wäre ja ein Traum für die, dass wir die... Dass die uns noch... Ah, fuck. Hell, lol. So schnell, oder? Oh, lol. Beide weg, oder das? Jo. Okay, krass. Gut, aber ich glaube, hier kann man nicht großartig fahren. Die werden hier schon aufgeräumt haben. Naja. Die Frage ist halt, ob man jetzt da gleich rausgeht, oder ob man dann... Glück sagt, rechts oben beim Ausgang rausgeht. Achso, so meinst du. Ähm... Also ich glaube nicht, dass es noch andere Spieler gibt. Muss ich ehrlich sagen. Ne, ich... Weil wenn, dann müssten die schon... Die müssten dann schon alle hier sein. Fast alle. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade was gehört. Achso. 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 Also du bist das Zugner. Ja. Ja. Also das Gewehr wackelt ganz schön. Mal so aufgefährdung gegen was treffen. Das ist schwer. Glück. Also da muss ich. Da ist der Recht. Meisterl ist doch gerne was oder? Kann natürlich auch sein, dass das meistens in Englisch aufgeräumt worden ist jetzt. Ja, das meine ich ja. Sieht auch gerade ziemlich... ...da noch aus, genau. So mit Farmen ist nix. Nö, nicht so durch. Hier ist noch ne... ...Braut. Bei der Kirche wird Hinweis gewesen sein, denke ich, da wenn sie A-Show aufgeräumt haben. Hast du den erwischt? Nö, hab ich erwischt. Oh, Höllen hat das immer noch... da ist noch irgend aber ich darf sagen wir laufen einfach nur zum ausgang und dann raus also hier ist noch einer ich sehe ja genau so dass wir da noch auch links noch zum wagen gehen da schnell damit wir noch money holen und dann weiß nur die straße hier runter eigentlich jeder hier steht eine laterne mitten im feld werden gehen mit dem revolver schließen das ist einfach nur fucking fast war nicht einfach ich weiß dass hier so acht da ne doch da wahrscheinlich wieder die lampe keine lampe an und ausmachen der größe clou wäre es jetzt wenn noch andere spieler doch da wären und wir die ganze money weg schießen ja jetzt haben wir wieder folgen voll alle wie sie gerade weggefetzt ich guck mal sicherheitshalber sieht nicht so aus ich hab noch fünf ladungen ins wer halt auf entfernung ist das fucking nicht einfach da musst du immer so ein bisserl gucken in welche richtung der atmet gerade und dann soll wieder eine tanne da hinten echt mit einem schluss weggekriegt genau so da bräuchte ich ich du nimmst den linken nicht den rechten wo bist du wo bist du wo bist du wo bist du hat ausliegen weil wenn die beide aufhinschieben sind voll im arsch ähm und dies ganz drauf sein lol wo hält die denn aus ihr scheiße genau oh ok ich hab doch beide gekriegt ok alles klar ich brauche Hilfe bitte schnell 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 ich renne oh ok die kamen aus nichts weil ich hab grad gegen zwei große gekämpft und dann uhr hat gott ich hör dich doch wo bist du plötzlich ja ein bisschen farmen tun wir das ist ganz gut da können wir unseren charakter ein bisschen hochleveln mhm ja die kettenrevolver hat was also ich glaub das ist die stärkste kombo kettenrevolver und kitzeln mal hintereinander schmutschen lol wie schnell der verrecht ist ok den hab ich allein gemacht wie stark die dinger gegen die alter wie stark die ziharmonikabombe gegen die ist was so lustig noch ach da haben wir ja vorher gekämpft ich glaub nicht wenn ich nicht ziedelig das zieht schaden ja ich wollte nur schauen ab wann ach aber es geht kaputt wenn man reinläuft ok ne doch nicht na doch ne was jetzt na doch ich glaub so ein bissl geht das was kaputt dass man mal oft klug reinläuft irgendwann das kaputt ja toll und du auch jo mit all ja ein leben schafft jetzt nicht da müssen nur fünf leute reinlassen was tapelle der schwarzen madonna ich hör dich doch kaputt na gut dann nicht aber die hat doch ganz gut Punkte gebracht oder ja ist das ding tot keine Ahnung jo schein verpäckiges Zeit sehen wir dann na dann müssten wir eigentlich nur eins geküllt haben oder eins nur ja das ist sogar noch relativ weit weg also wir sind definitiv alleine auf der Map ja was heißt definitiv ne weil letztes mal hast du dich auch lange versteckt ohne irgendwas ja ja aber da aber ganz ehrlich aber da war das eine andere Situation der hatte die Beute nicht ja alter digga what the fuck haha ja ja Leute das waren jetzt echt viele das war echt viele oh oh was äh 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 das war jetzt ein bisschen besprochen kurz die ist halt bei mir was das halt geil geil dann brauche ich meine Höllung so perfekt da ist wieder Muni geil so gut gar nicht gewinn ach so die sind da wieder drin oder da 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 oh hast du deine Ziermonikerbombe noch Moment ja da 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 alles klar ok ja wenn ich jetzt fächern habe oder ok dass das auch so stark ist das alter das fächern ist ja mega stark haha mit dem Kettenrevolver kann ich ja 14 Schuss auf einmal abgeben ja gut was heißt es auf einmal nacheinander oh jetzt eigentlich nur noch geradewegs hier hoch und dann ähm ja gut ne ja gut vielleicht ja ein bisschen bisschen querfeldein toll komm ich da jetzt durch ahja tot fallschaden hier ist wieder nichts ne ach doch da die nehmen wir noch mit oh da ist wieder so ein da war ein Wasserfilter das habe ich genau gesehen oder war das ne doch nicht ok ja vielleicht haben wir es verscheucht mit dem das wir den einen gerade umgebracht haben na da oben ist noch so ne Tante wo gänse dir gut jetzt habe ich gleich keinen Schuss mehr ja ja noch ein bisschen was also so ist nicht das sind ja noch ein paar Viecher aber ne ich werde doch nichts mehr ich werde jetzt zum Ausgang gehen ja ja du hast doch wieder eine sehr erfolgreiche Runde ja und wir waren tapfer wir wollten kämpfen wir sind runter haben gut gefarmt und dadurch sind die abgehauen und die haben schön farmen können ich denke mir vor wir werden gleich raus gehören da hätten wir die ganzen die ganzen kleinen Viecher jetzt nicht mitbekommen weil wir feiger gewesen wären aber so waren wir die tapferen die anderen dann abgehauen was für Loser alter ha ha Mensch man Loser ähm jo geil wenn du dich jetzt noch erwischt hättest he es gibt ja keinen Teamshot ne oder gibt es Teamshot doch nicht auch sicher 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 doch es geht es gut es kommt ja nicht aus aber mit dem Gewehr ja gut wieso nicht ne weil wir es nicht mit Messer verletzen können eben ich glaube schon dass das Team Schaden gibt oh es wäre es jetzt noch gewesen Tja, aber Erfolgreiche Runde Juhu Jetzt bin ich mal gespannt, welche Slave wir sind, ne? Ich bin richtig gespannt jetzt Ja, ja Aber ich glaube, über 40 kommen wir nicht Das glaube ich nicht Dann brauchen wir noch eine Runde Und so krass gefahren haben wir auch nicht Also eigentlich wird es nur von Ausweg zu Ausgang Gut, aber wir haben mit Töten verbannen Gut, aber dafür haben wir keine Jäger gekillt, ne? Der Verband bringt richtig viele Punkte Ja, ja Es bleibt mir schon wichtig, dass man es versucht zu machen Was, 64? Ja, da habe ich mich auch gewonnen Das war noch mehr als der Wall Ja, genau Nein, haben wir gekillt Stimmt Ja, schon gute Punkte gemacht Aber Gut, aber eigentlich Hat man auch vorhin gesehen Wenn man andere Leute killt Das macht gar nicht mal so viele Punkte aus Sag ich mal Ne Also die Menge macht es, finde ich manchmal Also wenn du ein Kleinfiech machst Macht das, also bringt das schon viel Das Kleinfiech Kugelraffer Was ist das? 112 Monster Ab wann ist das eigentlich Gold? Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ähm Kugelraffer Ich glaube, das braucht man nicht Ne Gut, ich darf mich mal fürs Zuschauen bedanken Ich mich auch War doch noch eine geile Runde Zwar keine anderen Gegner Also keine anderen Spieler Aber wir waren tapfer Wir wollten kämpfen Die anderen sind weggelaufen Zuerst dachte ich echt Dass die kämpfen Weil die so in unsere Richtung Hätte ich auch Ich glaube, die einen wollten Gegen uns kämpfen Aber da waren vielleicht noch andere In der Nähe Und da haben die dann gekillt Die haben sie überrascht Weil sie gegen uns kämpfen Also ich glaube Irgendwie alle Spieler Waren beim anderen Boss Wir hatten voll unsere Ruhe Weil Ich hatte So viele Schüsse Ich glaube, wenn wir dort auch gewesen Wären wir dann wahrscheinlich Aufgeregt Weil gegen so viele Dann war es echt viel Glück Dass du der letzte In den Moment bist Ja Ja Na, danke fürs Zuschauen Und bis zur nächsten Folge Und bis dahin Weiterspielen Ciao Ciao Ciao